Es ist 19 Uhr und FC 24 hat etwas Neues reingebracht und zwar wir gehen unter Ziele ich zeige euch das direkt unter Ziele gehen wir drauf und dann gehen wir einmal unter Live und zwar einmal hier ihr kriegt Ronaldinho als Live Spieler für 11 Spiele was muss man dafür machen dazu kriegt ihr noch einmal den hier einen Sieg musst ihr holen ohne einen beliebigen Ultimativ Team Modus dann musst ihr auf jeden Fall drei Siege holen hier nochmal auch beliebigen Modus ihr muss zehn Tore spielen dann kriegt ihr noch dazu Henri und zum Schluss bei sechs Siege kriegt ihr auf jeden Fall Roberto Carlos es ist auf jeden Fall ganz einfach macht auf jeden Fall die Aufgaben denn ihr kriegt auf jeden Fall Roberto Carlos, Henri den hier und zu guter Letzt Ronaldinho es sind halt nur Live Spieler Icons aber die Icons sind hilfreich für die Weekend League am Wochenende viel Spaß und bis zum nächsten Mal